Lecker, lecker Rittersport, meine Freunde. Du kannst es dir nicht ausdenken. Ich nehme es direkt vorweg. Das ist nur ein Fake, das ist nur so ein Bild, was sie aus Schwitz oder sonst was gemacht haben, Rittersport. Wir sehen das hier, offizielle Instagram-Seite, Rittersport heißt sie, und Grillen im Essen, seit heute zugelassen. Wir sind schon lange bereit, ihr auch, Hashtag angrillen 2023. Wunderschönes, lustiges Wortspiel, oder eben auch nicht. Ich finde, bei der aktuellen Situation, wo wir uns jetzt reinbewegen über Insekten im Essen, dass wir es teilweise ja auch schon in Süßigkeiten drin haben, ich habe darüber berichtet, nämlich Läuse beispielsweise, dass jetzt auch noch Grillen rein dürfen, durch die EU erlaubt und so weiter, ist es nicht angebracht, da sich so drüber lustig zu machen. Das ist meine persönliche Meinung. Ihr könnt eure gerne unten reinschreiben. In den Kommentaren sieht man das auch, dass einige Leute das wahr empfunden haben, dass sie nicht gemerkt haben, dass das nur Satire ist und ein Witz ist. Andere wiederum haben sich darüber kaputt gelacht. Ihr könnt gerne, wie gesagt, eure Meinung dazu unten reinschreiben. Ich finde es aber nochmal, in der aktuellen Situation, wo das Ganze sehr, sehr kritisch von sehr, sehr vielen Leuten gesehen wird, nicht sinnvoll, auch im Sinne einer Firma, nebenbei gesagt, Ritter Sport war ja vor Jahren schon mal fast pleite, hinzugehen und so etwas zu machen. Aber gerade Ritter Sport ist dafür ein richtiger Kandidat, was sie damals vor ein paar Jahren auch gemacht und gezeigt haben, von mir sehen sie keinen Euro mehr, muss ich an dieser Stelle hier ganz klar sagen. Da habe ich keinen Bedarf, noch mein sauer verdientes Geld hinzutragen für ein Schokolädchen. Das bieten andere Hersteller ebenso lecker und bestimmt auch teilweise günstiger. Und wisst ihr, das Perverse an dieser Situation ist doch, es ist ja gar nicht mal so fern, dass nämlich solch eine, von mir aus jetzt nicht unbedingt die Ritter Sport ganze Grille, sondern dass irgendwelche Bestandteile bei der Schokolade vielleicht auch zusätzlich mit Insekten beinhaltet sind. Und das Ganze macht das Ganze ja so krass, wie ich finde, sodass einige Leute darauf aufgesprungen sind und geglaubt haben, dass das wahr ist. Und das ist wirklich marketingtechnisch. Und man kann natürlich sagen, ja, da wird jetzt viel Interaktion gemacht und alles, das ist natürlich sinnvoll und so weiter und so fort, keine Frage. Auf der anderen Seite, bei mir persönlich hinterlässt so ein Verhalten immer wieder auch ein sehr negatives Bild. Aber schreibt eure Meinung unten rein. Bis zum nächsten und ciao.